Einen wunderschönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Wir beginnen unser 26. Festival Speicherer Gitarrensommer. Und ich möchte beginnen mit der Anekdote, wie ich dazu kam, so etwas zu gründen, so eine Gitarrenwoche, so ein Festival. Das war damals so, ich habe hier unterrichtet an der Musikschule und dachte, die Kinder, die Schüler, die müssten doch mal auch professionelle Musiker erleben, damit sie so ein richtiges Feuer bekommen, wie das ist, auf der Bühne zu stehen und dann da zu spielen. Einige von euch kennen das ja. Und dadurch habe ich dann vor 27 Jahren dieses Festival gegründet und ins Leben gerufen. Und wir haben jetzt das 26., Corona war dazwischen. Genau, wir sind im Kleinsaal, weil Gitarrensommer, es soll Hitze haben. Und diese erste Hitze, die werden wir heute Abend, die erste Hitzewallung, die werden wir heute Abend präsentiert bekommen von einem meiner allerliebsten Freunde und Musiker, von dem Ralf Illenberger. Wir freuen uns alle und wir begrüßen ihn jetzt ganz herzlich mit dem großartigen Speicherapplaus. Ralf Illenberger! Ralf Illenberger! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020